Ich zeige euch jetzt die Gesichtsmassage aus der Babymassage. Für die Gesichtsmassage brauchen wir kein Öl, weil wir nicht möchten, dass den Kindern Öl ins Auge läuft. Und wir beginnen mit dem offenen Buch, das heißt wir streichen mit unseren Händen von der Mitte der Stirn bis nach außen bis zur Schläfe. Atmen selber mal durch und dann fahren wir mit unseren Daumen über die Augenbrauen. Und aus dieser Bewegung heraus fahren wir über die Nasenwurzel in der Stirn, über die Nase bis runter zu den Bankknochen. Denken wir an die eigene Atmung. Dann zeichnen wir ein Lächeln oberhalb der Oberlippe. Und ein Lächeln unterhalb der Unterlippe. Das löst bei manchen Kindern einen Suchreflex aus. Und das ist auch super beim Zahn, wenn man über die Kiefer streicht. Und dann machen wir Kreise um das Kiefergelenk. Und weiten diese Bewegung aus, sodass wir einmal komplett um das Ohr bis runter zum Kinn streichen. Nochmals tiefer durchatmen. Dann streichen wir unser Kinn nochmal aus. Sehr gut. Kinn. Da sind einer los. Kinn. Kinn. Da sind wir auch hier. Ich muss das.